So, jetzt ist 30 Sekunden niemand mehr dazugekommen, dann fangen wir jetzt mal an. Das ist die pünktlichste Journalistenrunde, die ich in meinem Leben gesehen habe bisher. Ah, jetzt kommt natürlich noch jemand, das ist ja klar. So, gut, dann beginnen wir jetzt. Willkommen bei der Pressekonferenz zum Buzz Mechanics Simulator von Aerosoft. Ich würde als allererstes den Winfried Diekmann, den Geschäftsführer von Aerosoft, bitten, ein paar einleitende Worte zu sprechen. Winnie, machst du deine Kamera an? Ja, hallo. Ich bin der Winfried Diekmann, Geschäftsführer von Aerosoft. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und begrüße euch erstmal recht herzlich. Leider können wir uns zurzeit, ja, dürfen wir nicht so wirklich eine Veranstaltung machen, wo wir den Buzz Mechanics Simulator vielleicht dann auch in einer echten Werkstatt vorgestellt hätten oder in einem ähnlichen Ambiente. Wir müssen es digital machen, aber das ist für uns auch neu und neue Sachen sind ja auch immer mal was anderes und man muss sie ja auch ausprobieren. Also, zuerst einmal, ich glaube, ihr habt alle hoffentlich ein Paket bekommen. Bitte nicht mit dem Schraubenschlüssel jetzt versuchen, die Flasche zu öffnen, sondern schütteln und dann vielleicht zum Frühstück erstmal einen gemütlichen O-Saft, der im Übrigen aus Paderborn kommt, nicht die Orangen, aber der Saft. Deswegen haben wir ihn ausgewählt. Wir sind da immer Lokalpatrioten und dann kann man hier mal mit etwas O-Saft anstoßen. Prost! Das Knoppers kommt auch nur 30, 40 Kilometer von uns entfernt aus Ostwestfalen und dann haben wir auch noch ein bisschen Käsegebäck dabei. Dafür ist es natürlich wichtig, dass die Mikrofone gemutet sind, sonst hört man das Knacken sehr laut und das Knistern. Ja, ich hoffe, dass es eine schöne Veranstaltung wird, dass es eine informative Veranstaltung wird und würde mich freuen, wenn ihr nachher mit vielen Fragen unsere Experten bombardieren würdet. Ihr könnt natürlich an alle Teilnehmer von Aerosoft, aber auch an die Entwickler Fragen stellen zu allen Bereichen und würde mich freuen, wenn ihr nachher auch Spaß daran habt, den Bus Mechanics Simulator mal anzuspielen, zu testen und selber mal zu schrauben. Ja, man kann ja einfach anfangen, mal gemütlich mit Ölwechsel oder ähnlichen Dingen und nachher kann man vielleicht sogar den Motor ausbauen und kriegt ihn auch heile wieder rein. In diesem Sinne viel Spaß und ich gebe zurück an Gunnar. So, vielen Dank. Jetzt gucken wir uns zur Einstimmung erstmal den offiziellen Trailer an. Fabian, bitteschön. So, vielen Dank. 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 So, kommen wir zum ersten Programmpunkt, kommen wir zum ersten Sprecher. Ich möchte Dirk Ohler quasi auf die Bühne bitten. Also in diesem Zusammenhang möchte ich ihn bitten, seine Kamera anzuschalten. Dirk Ohler ist von Aerosoft, ist der Chef des Produktmanagements und ein Veteran der deutschen Simulatoren-Szene, der einen großen Fußabdruck hinterlassen hat in der Welt der Simulatoren und der erzählt uns jetzt ein bisschen was zum Spiel, wie es zustande kam und wie das Projekt so lief. Ich mache mich vom Acker hier kurz und Dirk, deine Bühne. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Bevor wir jetzt mit der eigentlichen Präsentation anfangen, möchte ich ein paar Worte dazu finden, wie wir denn zum Bus Mechanic Simulator gekommen sind, wie die Idee entstanden ist. Wir sind ja bei Aerosoft recht erfolgreich mit einer Menge Bussimulationen. Da ist zum einen der OMSI, unser bekannter Stadtbus Simulator, der ja schon seit über fünf Jahren sehr erfolgreich am Markt läuft. Eine Menge Add-ons haben wir zu dem Thema rausgebracht. Dann haben wir unseren Fernbus Simulator oder den Tourist Bus Simulator von TML. Das sind Produkte der letzten Jahre, die sehr, sehr erfolgreich waren. Ja, gleichzeitig schauen wir natürlich auch immer links und rechts am Markt. Das gibt es so an Konkurrenzprodukten und da haben wir natürlich gesehen, dass diese K-Mechanic-Reihe ganz gut gelaufen ist. Und dann haben wir entschieden, dann machen wir das zum Thema Bus, wo wir ja eine große Community haben. Dann machen wir doch da auch mal einen Produktsuch, wo man an Bussen rumschrauben kann. Dafür haben wir dann zwei Entwickler, haben wir dann für uns finden können. Das ist einmal der André Bürger von VOS und der Darius Bode, der ja sehr bekannt ist aus der OMSI-Community. Der hat ja schon eine Menge Add-ons dort gemacht, die sehr beliebsten Hamburg-Add-on oder das Chicago-Add-on, einige Buste. Der André ist auch sehr bekannt im Simulationsbereich. Ich glaube, mit André arbeite ich jetzt seit 15 Jahren zusammen und wir haben eine Menge Simulationen gemacht. Da gab es das Thema Feuerwehr, wir haben Bausimulationen gemacht, also alles Mögliche. Die beiden haben wir da zusammengebracht und die haben dann diesen Bus-Mechanic-Simulator zusammen entwickelt. Wobei der Fokus auf den Bussen beim Darius lag. Dazu auch noch einen ganz herzlichen Dank an die Firma MAN. Die hat uns nämlich mit CAD, 3D-Daten, versorgt, sodass der Darius quasi die Motorkomponenten von den Bussen entsprechend anpassen konnte fürs Spiel und direkt dann in das Buse. Produkt mit einbauen konnte. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Überhaupt zum Spiel ein paar Anmerkungen. Das Ganze ist eine sehr detailreiche Simulation. Wir haben eine sehr, sehr umfangreiche, detailreiche Werkstatt. Das kann man gleich sehr schön sehen, wenn das Produkt gezeigt wird. Und natürlich, wie gesagt, ich hatte es ja gerade schon mal angedeutet, die Bus-Komponenten. Wir haben also die gigantische Zahl von circa 3.400 Elementen in einigen Bussen drin. Also das ist wirklich extremst viel. Also 3.400 Komponenten an Motorenteilen etc. Und anderen Teilen am Bus sind dort in dem Produkt drin. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich würde jetzt gerne an den Fabian, meinen Kollegen und den André Bürger, den Entwickler, abgeben. Die werden euch das Spiel dann im Detail zeigen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Genau, ich bin Fabian. Da drüben oder auf der Seite, je nachdem bei euch, seht ihr den André. André ist der Entwickler vom Spiel und wir wollten euch ein bisschen durch das Spiel mal führen. Wir sind hier im freien Spiel. Im freien Spiel haben wir gleich alle drei Busse zur Auswahl und starten einfach mal. Sollen wir den Gelenkbus nehmen, André? Ja, bitte. Als erstes würde ich sagen, laufen wir mal ein bisschen durch die Werkstatt und André wird euch ein bisschen die einzelnen Bereiche der Werkstatt genauer erklären, während ich euch die zeige. Danach werden wir sicherlich ein bisschen am Bus mal rumschrauben können und uns ein paar einzelne Funktionen des Simulators angucken. Und zuletzt vielleicht auch noch auf den Prüfstand, den zweiten Hallenteil eingehen können. Genau, Bus kommt rein. André, ich übergebe an dich und zeige den Leuten mal hier ein bisschen was. Ja, fangen wir vorne an. Wie man hier schon sieht, haben wir die ersten Gerätschaften hier stehen. Das ist der Kühle-Wasser-Auffangbehälter beispielsweise oder daneben das Kältemittel-Klima-Anlagen-Service-Gerecht. So heißt es korrekt. In der ganzen Werkstatt verteilt finden sich halt alles mögliche an Gerätschaften, die wir halt benutzen können. Wir finden alles, was wir für Betriebsstoffe brauchen oder Betriebsmittel brauchen, wie Öl, Betriebe, Öl, Wasser für die Wischwasseranlage oder das Kühlwasser. Wir finden Reifenbruchprüfer, ähnliche Geschichten. Also eigentlich alles, was man grundlegend braucht. Die Werkstatt natürlich genauso. Wir haben noch den Ölauffangbehälter, den brauchen wir natürlich beim Ölwechsel, wenn der Getriebeöl oder Motoröl ablassen möchten. Und im hinteren Teil der Werkstatt jetzt, wo Fabian steht, da gibt es dann halt diverse Nebenräume. Da haben wir einmal noch eine Werkstattecke, da gibt es auch nochmal ein Radio, was man benutzen kann. Dann, wir haben links daneben, dann, ich weiß nicht, was waren wir heute, dann eben dann halt den Batterieraum. Er ist abgetrennt, wie das halt in den Werkstätten geüblich ist, wo ich neue Autobatterien bekomme, wo ich eben auch die alten Batterien entsorgen kann. Dann weiter geht es hier in dem Gang mit dann eben dem größeren Magazin, was wir haben. Da findet sich dann ein Regal, wenn man so möchte, für jede Baugruppe des Busses. Kann man uns hier mal eine angucken, André? Lass uns doch mal, ach, das Regal AC nehmen. Mein Lieblingsregal, die Beleuchtung. Hier kann man sehen, den Detailgrad der Baugruppe Beleuchtung, unter anderem von der Glühbirne über verschiedene Klammern bis hin zu den Leuchtenabdeckungen. Es ist wirklich alles dabei. Und den Detailgrad mit Beschreibung für die verschiedenen Sachen haben wir für jede Baugruppe. Es soll unterschiedlich, wie viele Teile im Regal sind. Das hängt nur ein bisschen von der Baugruppe ab. Die eine hat weniger verschiedene Teile, die andere hat natürlich ein bisschen mehr. Ich glaube, der Betrieb, der Motor, ähnliches an das, wo auch am meisten verschiedene Bauteile auftauchen. Lass uns noch mal weiter die anderen Räume dann angucken. Oder wo wolltest du? Genau, können wir nochmal kurz gucken. Also wir haben jetzt hier noch weitere Räume angrenzend, wo sich dann eben auch größere Bauteile befinden. Also jetzt alles, was zu den Baugruppen, die Türen beispielsweise gehört, was zum Karosserieteil. Die Teile gehört, die wir halt wechseln können. Im Nebenraum gibt es dann nochmal alles mögliche zum Gelenk von den Gelenkbussen oder dann eben Teile. Alles, was sich im Innenraum des Busses befindet, über Sitze, über Schalter, bis zum Fahrersitz. Also es hat ziemlich alles dabei. Genau. Vielleicht können wir jetzt einmal uns die Gruben angucken. Der wirkliche Hauptteil der Halle. Es gibt halt drei Schäfte hier und das ist für jeden Bustyp haben wir hier eine eingerichtet. Für den Sodo, für den Gelenk. Hier können wir auch mal unser Licht anmachen, da wir hier gleich eh arbeiten werden. Und für den Doppeldeckerbus, wo die Decke ein ganzes Stück höher ist, damit der auch hier reinpasst. Genau, die Lampen einfach so machen. Das passt ja nämlich. Genau. Und am Anfang haben wir dann nochmal unseren Prüfstand. Wir können aufgrund sich dann halt Gerätschaften haben, im möglichen Leben einen Lichttest durchzuführen. Eine Prüfung für die Bremsen und für die Abgasanlage. Also wie man es in der Realität auch vermuten würde. Im Spiel haben wir es ein bisschen abgewandelt. Also hier bekomme ich jetzt nicht nur die Ergebnisse für, sag ich mal, die Bremsen selber, wenn ich jetzt hier einen Prüfstand benutzt habe. Wenn ich bekomme, dann mache ich bestimmte Baugruppen, die dann mit dem Zusammenhang stehen. Danach Auswertungen oder Protokolle, die mir dann das Leben ein bisschen vereinfachen. Und die mich dann nicht mehr jedes einzelne Bauteil untersuchen muss per Sichtprüfung. Sondern kriegt dann halt eine Übersicht danach. Dann halte ich bestimmte Baugruppen, das hat die Beleuchtung, die ich testgemacht habe. Das hat mir dann für alle beleuchtungsrelevanten Teile an. Und dann, wie ist der aktuelle Status, dann bin ich halt ein bisschen schneller am Abo. Genau, wenn André uns das erklärt hat, bin ich schon mal unter unserem Gelenkbus gehüpft. Und ich denke, wir werden einfach mal einen Rad wechseln an der Vorderachse. Dafür schieben wir erstmal den Achsheber in gewünschte Positionen, um den Bus hochzuheben. Wir müssen natürlich den Bus hochbekommen, um das Rad zu lösen. Ohne das wird es natürlich schwer, ein Rad nachher runterzuziehen. Dafür schiebe ich jetzt den Achsheber unter die Vorderachse. Ich werde gleich unter dem einmal her schlüpfen und den hochfahren. So, und dann fahren wir den mal hoch, dass der Bus auch ein Stück angehoben wird. Oder die Achse des Busses vor allem. Ich habe natürlich hier draußen auch noch zu sehen gleich die Radgreifer. Wenn ich den ganzen Bus hochheben will, um zum Beispiel an unteren Karosserie-Teilen zu arbeiten, habe ich auch damit die Möglichkeit. Nun, um das Rad zu wechseln, brauchen wir ein bisschen Werkzeug. Wir sind hier im freien Spielmodus. Hier habe ich alles an Werkzeug freigeschaltet. Normal starte ich mit dem einfachen Schraubenschlüssel, wie ihr ihn auch bekommen habt, um die Radmuttern gleich zu lösen. Ich kann im späteren Spielverlauf dann die Ratsche freischalten oder auch den Druckluftschrauber, für den ich mich entscheide. Damit geht das Ganze gleich ein Stück schneller. Ja, André, vielleicht willst du einmal erklären, was wir jetzt hier sehen, was wir jetzt machen müssen. Also, was jetzt ganz hilfreich ist, glaube ich, auch gerade für Leute, die eben nicht ganz so tief in so einer Thematik drin sind, haben wir es auch so gebaut, dass das eben halt die Leute verständlich ist. Klar, wer macht das gerade? Wenn ich jetzt das Rad, was ich gerade demontieren möchte, wenn ich das hier anklicke und festhalte, zeigt mir das Spiel halt an, okay, du siehst jetzt alle hervorgehobenen Bauteile, das sind die Bauteile, die ich erst demontieren muss, bevor ich das Rad selber demontieren kann. Damit gibt das Spiel dann entsprechend Hilfestellungen, dass ich immer halt einen Überblick bekomme, was ich jetzt machen kann oder was ich machen müsste, um etwas Bestimmtes anders danach zu können. Genau, in der Zwischenzeit drehe ich hier schon mal die zehn Muttern vom Rad runter. Das geht ganz flott mit dem Druckluftschrauber, sodass wir das Rad gleich auch wechseln können. Alle zehn Schrauben runter, ich nehme das Rad runter. Jetzt können wir natürlich hier schon die Achse sehen, im Detailgrad. Da es mir natürlich schwerfällt, jetzt die Achse auch und die Bremse von hinten zu sehen, hat der André uns einen Orbit-Modus gebaut. Ich wechsle mal in den rein. Genau, wir können also jederzeit einen Bauteil von einer beliebigen Baugruppe anklicken, egal ob das jetzt gerade blau oder rot markiert ist. Dann kann ich mit F1 in diesen Modus springen. Jetzt wird alles dargestellt, was zu dieser Baugruppe gehört. Und alle anderen Baugruppen werden ausgeblendet, weil man sieht sie nur noch schemenhaft. Hier kann ich jetzt auch mit neuem F1 drückend auf das nächste Bauteil springen, weil ich gerade markiert habe und kann mir so das Objekt jeweils zentrieren. Das ist halt hilfreich, wenn ich das einzelne Bauteil hier überprüfen möchte oder in bestimmten Sachen arbeiten will, komme ich hier deutlich besser an die Sachen ran oder kann mir die Sachen besser angucken. Das ist ein hilfreicher Modus. Fabian, du könntest gerade mal das Inventar aufmachen, bevor du jetzt irgendwas anderes machst. Und jetzt könntest du das Rad zum Beispiel nochmal anklicken, bitte, um es auf die Ersatzteilliste zu setzen. So, ich habe es mir aufgeschrieben. Wir wollen ja ein neues Rad haben gleich. Erstmal schmeißen wir dafür, würde ich sagen, unser altes Rad weg. Das ist ja Mist geworden, wenn wir ein neues wollen. Ach, guck mal, eine Lampe hatte ich auch noch im Inventar. Wie André gesagt hat, habe ich mir jetzt das Rad auf die Liste gesetzt. Ich sehe hier, ein Rad benötigen wir. Das Rad liegt im Lagerplatz E. Das war einfach mir natürlich bei der Anzahl der Bauteile enorm die Suche, wo finde ich mein Bauteil, was ich brauche. Lager E. Genau, vor allem natürlich dann, wenn man das gleich noch nicht ganz so tief in der Materie drin ist und es nicht unbedingt weiß, zu welcher Auge auch für bestimmte Sachen halt gehören. Dann gerade ist das jetzt noch relativ offensichtlich, bei anderen Bauteilen vielleicht nicht mehr ganz so offensichtlich. Jetzt, wenn es auch wieder Montage geht, sieht man es zum Beispiel auch an Fabian jetzt mal, drückt man Tab vorher, zeigt das vorher mal an. Wenn ich jetzt irgendwo Tab drücke, sehe ich, okay, das Bauteil kann ich jetzt montieren. Das ist jetzt alles, was jetzt im Moment gemacht werden kann in diesem Modus. Wenn ich mir jetzt erneut Tab drücke, sehe ich auch alle Radmuttern wieder, die noch angebracht werden müssen. Das macht mir dann auch etwas einfacher, zu wissen, in welcher Reihenfolge ich die Sachen wieder montieren kann und auch sonst später zu sehen, dass ich halt nichts vergessen habe. Wenn ich später nochmal nachgucken möchte, habe ich jetzt auch noch ein Bauteil vergessen, kann ich mit Tab das jedes Mal anzeigen lassen und sehe halt über den gesamten Bus, über alle Baugruppen, okay, wo fehlt vielleicht gerade noch was. Wenn dann noch was geheiratet wird, habe ich wohl, um den Autor vergessen einzubauen. Genau, ich ziehe unser Rad in der Zwischenzeit schon mal fest, damit wir gleich loslegen können. Nicht ganz überkreuz festgezogen. Den sehen wir vielleicht bald wieder hier, André. Ja. Schnappen wir uns jetzt auch nochmal die Druckluft. Ein bisschen Luft auf dem Reifen wäre ja nicht schlecht, wahrscheinlich, bevor uns der gute Fahrer abhaut. Nach dem Reifenwechsel würde ich das erstmal auffüllen, weil danach haben die für gewöhne ich erstmal noch keinen Reifendruck. Ja, wie wir hier auch sehen, Reifendruck ist unten. Ich drehe den hoch auf 9 Bar, damit der gute Kollege dann auch eine freie Fahrt hat und eine sichere Fahrt vor allem. Naja, wenn wir am Bus fahren, ich weiß nicht. Wir haben es im Spiel natürlich auch ein bisschen einfacher gemacht. Die Werte, die wir haben, die sind zwar korrekt, also die Barzahlen stimmen, aber ich meine, die meisten Leute werden kaum wissen, wie viel Bar Druck jetzt auf einem Busreifen drauf müssen. Da haben wir das dann eben mit diesen fahrigen Bereichen eingetragen, auf der Skala, dass man das sehen kann. Und dann das Barriere, die auch zwischen Voll- und Hinterreifen in unterschiedlichen Reifendruck haben. Das macht es dem Spiel dann etwas einfach. So, Bus schwebt noch, Reifen ist dran. Wir sind gleich durch. Lass uns doch mal in den Bus reingucken. Hier vorne habe ich im Bus einen Taster, um die Tür zu entriegeln und kann auch in den Bus komplett reingehen und hier diverse Teile montieren. Vom Lenkrad bis oben hin, die ganze Verbandkästen etc. habe ich die Möglichkeit, alles auszutauschen und neu zu machen. Wir können uns vielleicht jetzt mal die Türsteuerung angucken und auch nochmal den Orbit-Modus wechseln, um zu sehen, wie hoch der Detailgrad da hier ist. Genau, das funktioniert auch alles ordnungsgemäß. Also auch an dem Steuergerät oben für die Türe ist tatsächlich ein Schalter dran und wir müssen die Türfunktion auch prüfen können. Und wenn jetzt tatsächlich Bauteile fehlen, die jetzt halt zur linken oder rechten Seite, die jeweiligen Türflügel zuständig sind, dann würde die Tür an dieser Stelle tatsächlich auch nicht mehr funktionieren. Das ist auch alles korrekt umgesetzt. Und so kann ich ja noch später jedes Mal die Funktion auch wieder prüfen und gucken, ob ich das Ordnungsgemäß hergestellt habe. Klappe zu, Tür zu, würde ich sagen. Wir lassen den Bus runter und fahren ihn mal rüber in den Prüfstand. So eine Abgasprüfung beim Bus wäre ja auch noch was. Ja, das können wir auch nochmal machen. Dann sieht man danach auch nochmal, wie ein Prüfprotokoll aussieht. Genau, der Bus senkt sich jetzt wieder ab. Alle Türen sind zu, alle Teile sind so zumindest halbwegs wieder montiert worden von mir. Damit können wir den Bus rüber in den Prüfstand fahren. Einmal in den Torschalter, Bus in den Prüfstand, unser Bus fährt raus und fährt gleich in den Prüfstand wieder rüber. Im normalen Modus würde ich dann über diesen Vorschläger zum Beispiel auch die fertigen Aufträger abnehmen können. Genau. Anders als im richtigen Spiel erhalte ich im freien Modus keine Aufträge. Im normalen Modus erhalte ich Aufträge, die mit der Schwierigkeit stärken. Am Anfang habe ich noch einen Radwechsel, bis später dann das komplette Getriebe auseinandernehmen, Wartungsarbeiten vom Ölwechsel und, und, und. Alles im Progress nach und nach immer schwieriger, damit ich mich da auch zurecht finde. So, Bus ist drüben, wir noch nicht. Ich renne mal kurz hinterher und setze mich ans Prüfprotokoll oder an den Prüfstand. So, hier habe ich meine drei Prüfungen, die André eben sagte, den Lichttest, den Bremsen- und Stoßdämpfertest und den Abgas-Test. Ich schmeiße mal hin, damit die Gase alle nach draußen kommen und dann mal ordentlich Gas geben. Genau, in dem Fall dieser Prüfung jetzt ist es bei unserem Spiel als Oberstmann jetzt nach dem Test eine Auswertung, wenn wir eine Übersicht bekommen, über alle Bauteile, die jetzt mit diesem Test im Zusammenhang stehen, oder, sag mal, oder was mit Motor, Abgasanlage, sonst, wie gesagt, dafür kriege ich jetzt eine Übersicht über alle Bauteile, die jetzt hier nicht 100% Zustand haben. Alles grün André, ich glaube, wir können ihn wieder auf die Straße lassen. Alles grün heißt halt, ja, könnte man jetzt machen, das wäre dann halt nice to have, danach könnte man sie einfach 100% setzen. Das würde im normalen Spiel dann halt tatsächlich noch ein bisschen Bonuspunkte geben. Wenn als große Bauteile da gewesen wären, hätte ich sie machen müssen, wenn ich später dann halt einen Auftrag habe. Genau, dann würde ich sagen, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen im Busmechanik-Simulator und ich würde es zurück an Gunnar geben erstmal wieder. So, vielen Dank. Ich glaube, wir haben einen knackigen Überblick, einen flotten Überblick erhalten über das, was hier möglich ist in diesem Spiel. Wir haben jetzt noch Zeit für eure Fragen. Ich würde jetzt alle Leute von Aerosoft bitten, die Kameras anzuschalten, damit man uns sehen kann. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf den Grid View zurückstellen, weil der Stream-Teil jetzt vorbei ist oder den Stream einfach löschen, closen. Ich sage nochmal ganz kurz, wer hier ist. Ihr habt eben gesehen André, den Entwickler, und Fabian, den Producer. Die haben euch dieses Spiel geführt. Ihr habt vorhin gesehen Dirk Ohler vom Produktmanagement und den Winfried Dickmann von der Geschäftsführung. Die sind alle noch hier. Und der eine Mensch, den ihr noch nicht kennt, den wir euch bislang vorbehalten haben, das ist einer der Stars. Das ist der Darius Bode, der für die Busmodelle zuständig war. Also nicht die Entwicklung der Spielelogik, aber die Busmodelle. Und der auch unser größter Bus-Experte ist bei dem Thema. So, und dann würde ich fragen wollen, ob jemand eine Frage hat. Und derjenige, der eine Frage hat, müsste sich entmuten. Sonst können wir ihn logischerweise nicht hören. Ist denn da schon eine Frage? Ansonsten würde ich beginnen mit dem Darius Bode stellen, aber ich muss mich nicht vordrängen. Ja, ich hätte eine. Sehr gut, go. Eben gerade beim Reifenwechsel, hast du gesagt, die Dinger müssen wie im echten Leben überkreuz, oder beziehungsweise ihr habt die wie im echten Leben überkreuz angezogen. Ist das für den Spielverlauf echt notwendig, dass man die Schrauben beim Reifenwechsel überkreuz anzieht? Oder war das jetzt nur so aus dem echten Leben nachempfunden? Das ist tatsächlich im Spiel jetzt nicht ganz, also das kann man machen, wenn man das möchte, aber das nimmt in das Spiel jetzt auch nicht rum, wenn man das nicht. Ah, okay. Also so weit übertreiben wollten wir es dann nicht. Wir haben schon sehr, sehr viele Regelwerke drin, die eingehalten werden müssen. Das ist schon so weit. Ich glaube, man kann es auch übertreiben. Okay, danke. Noch eine Frage von jemandem? Ansonsten habe ich eine Frage an den Darius, weil der mir vorgestellt wurde als Bus-Nerd und Bus-Experte. Und da würde ich gerne mal hören, wie wird man denn Bus-Nerd oder Bus-Freak? Ja, bei mir ging das los mit der Fahrt zur Schule, wo man dann die Busse täglich gesehen hat und gehört hat. Und dann ging es immer einen Schritt weiter, sage ich mal. Also das Interesse an Fahrzeugen war bei mir schon immer. Und mittlerweile bin ich auch im Verein für Oldtimer-Busse und besitze auch meine eigenen alten Busse, die ich restauriere. Und ein Praktikum hatte ich mal gemacht in der Werkstatt. Und so ging das dann immer Jahr für Jahr wurde es mehr. Wenn es keiner aussprechen will, wo hebt man denn seine eigenen Busse auf? Im Keller? Man braucht natürlich eine Halle, die man sich mietet. Ah ja. Also stellen wir uns das richtig vor, du hast eine Halle gemietet für deine privaten Busse, an denen du rumschraubst. Genau. Ist keine Werkstatt, aber da kann ich so das Schlimmste kann man da machen. Das Schlimmste. Eine Frage von euch? Ja, ich hätte eine. Hallöchen zusammen. Mich interessiert einfach mal, Moin, gerade beim Simulator, wo habt ihr da eigentlich die Grenze geschlossen zwischen, wir wollen jetzt hier einen Simulator erstellen, letztendlich soll es aber noch ein Game bleiben, weil ich denke mal, da wären wahrscheinlich sogar noch ein paar Bereiche da gewesen sein, die ihr angedacht habt, wo ihr gesagt habt, eigentlich müsste das mit rein, würde aber den Spieler jetzt überfordern zum Beispiel. Ja, vielleicht sage ich mal kurz was dazu. Also es sieht ja immer so aus, wir wollen natürlich immer so dieses Mittelding hinbekommen zwischen irgendwo und Casual-Effekt, das halt wirklich auch der Mainstream-Spieler mit so einem Spiel spielen kann. Aber natürlich wollen wir ja auch so ein bisschen die, gerade vielleicht auch die Omsi-Freaks, da ein bisschen mit bedienen, dass man halt wirklich da auch hohen Detailreichtum in dem Ganzen drin hat. Deswegen würde ich sagen, wir haben versucht, da so ein Mittelding zu finden. Also zwischen Casual, aber natürlich auch sehr in die Tiefe gehen und mit Detailreichtum, sodass halt wirklich eine große Bandbreite ein Spiel an so einem Produkt spielen kann. Alles klar, danke. Ich würde sogar sagen, wir haben ein bisschen die Finger aus der Elektronik rausgelassen, weil das nochmal ein ganz anderes Thema ist, sondern im mechanischen Teil vor allem haben wir uns wiedergefunden, die man auch als Laie vielleicht ein Stück leichter nachvollziehen kann. Ich kann eine Schraube losdrehen oder auch eine Radmutter. Kann ich mir jeder auch als Nicht-Bus-Experte vorstellen. Wenn es zur Elektronik geht, da gehört schon sehr viel mehr Know-how da, wobei Sicherungen haben wir zum Beispiel drin. Der Andreas von U-Game hat eben im Text-Chat eine Frage gestellt, die lese ich jetzt gerade mal kurz vor. Der fragt, wie viele Busse gibt es denn am Anfang, also wie viele Modelle und wird es eventuell per DLC weitere geben? Habt ihr da was geplant? Also aktuell sind es halt drei Busmodelle. Es ist halt einmal ein Polobus, dann gibt es den Gelenkbus und den Doppeldecker. Alles drei von MAN. Was da jetzt weiter geplant ist, was der Kürt oder Fabian da mehr zu sagen kann. Das ist halt glaube ich im Moment erstmal als Stand. Ja, genau geplant ist da im Moment jetzt erstmal noch nichts. Also das ist glaube ich so der letzte Gestand. Das Spiel ist erstmal fertig, also wirklich das Produkt und so soll das glaube ich erstmal betrachtet werden. Genau, würde ich auch zustimmen. Im Moment, wir gucken natürlich nach neuen Bussen, gerade die Busse, die wir auch in anderen Simulatoren wiederfinden, würden sich natürlich hier schön widerspiegeln. Da es natürlich ein Riesenaufwand ist mit den über 3000 Teilen oder 3400 Teilen pro Bus, ist das immer eine Frage. Will ich nicht nur ein Bus haben als Spieler vor allem, aber wir halten die Augen offen und hören da vor allem auch ein bisschen auf die Community, was die sich wünscht, wonach die mehr Hunger hat. Vielleicht noch von mir dazu. Es geht erstmal uns auch darum zu sehen, wie kommt das Gameplay an, wie kommt das Spiel überhaupt an. Haben wir den Nerv der Bus Community getroffen? Gibt es vielleicht im Bereich Gameplay Dinge, die wir noch verändern müssen? Und da muss man einfach sagen, wir haben wirklich mit Darius einen Experten, der ja nicht nur Busse sammelt, sondern die Busse auch fährt und fahren darf und der eben auch viele Busse als Add-on entwickelt hat. Von daher haben wir einen gewissen Know-how-Bestand. Aber zuerst mal geht es uns darum, im Zweifelsfalle das Spiel so zu gestalten, dass die Leute Spaß dran haben und dann den zusätzlichen Content dazu zu bauen. Ich habe noch eine Frage aus dem Text-Chat von dem Lukas, der fragt, wie kommt ihr dazu, dass ihr euch für MAN-Busse entschieden habt, weil doch der Darius ist doch für Mercedes bekannt. Was ist denn das mit dem Darius? Also das ist einerseits natürlich, dass MAN sehr freundlich gestimmt ist gegenüber solchen Spielen. Das hat man beim OMSI auch schon gemerkt und da haben wir eben auch die Möglichkeit gehabt, CAD-Daten und die Lizenzen zu bekommen. Mercedes finde ich genauso schön oder nur bei MAN hat einfach alles zusammengepasst, weil wir haben in Hamburg die Busse, ich konnte sie im Original untersuchen. Wir haben die Lizenzen gekriegt, deswegen war das einfach das Passende. Kannst du dazu noch ein bisschen ausführen und erzählen, wie diese Zusammenarbeit mit MAN denn gelaufen ist? Haben die euch einfach dann Daten vor die Tür geworfen oder gab es da einen Back-Kanal, wo du noch Fragen stellen konntest, als du die Busse entwickelt hast? Nein, MAN hat uns die CAD, die Original-Konstruktionsdaten für den Motorraum geschickt und ich habe die dann aufbereitet und fürs Spiel nachmodelliert quasi, weil solche CAD-Daten kann man ja nicht in eine Spiel-Engine direkt reinwerfen. Ja, vielleicht möchte ich da auch noch was zu sagen. Wir haben seit Jahren ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu MAN, die also gerade diese Bus-Simulation wirklich unterstützen und auch uns mit Informationen versorgen. Wenn sich jetzt also zum Beispiel was ändern würde, was wichtig wäre im Motor oder im Getriebe oder ähnlichen Dingen, dann würde wahrscheinlich MAN uns diese Informationen wirklich sehr zeitnah zur Verfügung stellen. Und da gibt es halt andere Anbieter, die da wesentlich mehr auf ihre Marke bedacht sind und auf ihr, ja, sich zurückziehen aus diesem Bereich. Und da finde ich, da sollte man dann einfach auch diejenigen, die offen sind und die dieses moderne Medium auch unterstützen, die sollte man dann auch bevorzugen gegenüber denen, die sich da sehr verschlossen halten und es nicht unterstützen. Genau. Und dadurch, dass ich auch die Original-Handbücher hatte, haben wir zum Beispiel auch, konnte man dann eben mal schnell nachgucken, wie ist denn der Vorratsdruck, der Sollwert oder der Reifendruck, der Vorderachse, dass man auch wirklich die Original-Angaben hat für alles. Ich habe noch eine weitere Frage aus dem Text-Chat. Rian fragt, wie skaliert das Gameplay mit der Zeit? Wird noch die Werkstatt größer? Heuer hat man da noch Leute an oder liegt der Fokus drauf, dass man da selber schraubt? Das finde ich, glaube ich, ganz gut beantworten. In der Fall ist das Spiel selber, wir arbeiten im Spiel auf Erfahrungspunkte, weil ich kann dann für jeden Auftrag, den ich abschließe, bekomme ich Punkte. Mit den Punkten kann ich dann diverse Funktionen nach und nach freischalten, wenn ich also nicht im freien Spiel, sondern im regulären Spiel unterwegs bin. Dabei kriege ich dann unter anderem halt, kann ich dann neue Werkzeuge zulegen, mit denen ich dann einfach die Arbeiten beschleunigen kann. Machen kann ich natürlich vorher schon alles, aber damit werde ich einfach schneller. Ich kann die Prüfstandfunktion nach und nach freischalten und ich fange am Anfang auch mit relativ einfachen Aufgaben an. Das heißt, ich kriege Aufträge, die, keine Ahnung, an Ölwechsel durchzuführen, Radwechsel durchzuführen, mit anderen Betriebsmitteln zu kontrollieren, aufzufüllen. Es fängt also relativ einfach an, dass man als Spieler auch so erstmal an die Funktionsweise des Spiels herangeführt wird, dass man an die Arbeitsweise herangeführt wird und auch so ein bisschen den Bus kennenlernt und schon mal die Grundlegenden Dinge wiederfindet. Und wenn ich dann nach und nach, wenn ich halt mehr Aufträge habe, bekomme ich dann auch die anderen Busmittel, erst mal dazu, ich muss ein paar Aufgaben abgeschlossen haben. Im Solobus bin ich erstmal den Gelenkbus dazubekommen, wieder mehr Aufgaben kriege ich dann mit dem Doppeldecker dazu. Und wenn ich dann halt eben genug Punkte erspielt habe, um auf die nächsten Erfahrungsstufen freizuschalten, werden die Aufgaben halt komplexer. Dann haben die Aufgabenstellungen komplexer. Ich muss also mehr machen oder mehr gleichzeitig machen. Ich muss kompliziertere Aufträge durchführen und ich habe dann auch den Punkt, dass da die Fehlerbeschreibung auch irgendwann ungenau wäre. Also am Anfang heißt es dann noch relativ konkret, dass ich mal einen Radwechsel durchführen soll oder mal einen Bremsbelag wechseln soll. Später im Spielverlauf kann es auch dann wirklich heißen, okay, der Fahrer hat ja einfach nur gemeldet, dass der Bus beim Bremsen ständig nach links zieht. Und dann muss ich selber gucken, woran es liegt. Das habe ich dann hoffentlich bis dahin so ein bisschen gelernt, dass ich dann weiß, okay, das kann am Reifendruck zum Beispiel, oder irgendwas in der Radaufhängung, irgendwas nicht stimmen. Und dann muss ich halt selber rausfinden, woran liegt es gar nicht. Wenn der Bus beim Bremsen in eine Richtung zieht, dann sind wahrscheinlich die Bremsbeläge auf der einen oder anderen Seite eben schlechter als sonst auf der anderen Seite. Und das lernt man dann eben mit der Zeit bei Zonenstopp. Dadurch wird der Spieler ganz gut da reingebracht und hat eine entsprechende Lernkurve. Ja, das ist auch das Spannende, dass man dann sieht, wie sind die Zusammenhänge. Weil man kriegt ja auch diese Hilfsanzeige mit den Outlines, dass man quasi sieht, welche Bauteile könnten dazugehören. Und dann kann man halt sehen, zum Beispiel, wenn die Zielanzeige vorne nicht funktioniert, wo ist überhaupt die Steuerung dafür? Vielleicht liegt es ja gar nicht an der Anzeige, sondern an der Steuerung. Dazu gab es eine Folgefrage. Also es gibt kein klassisches Werkstattmanagement. Also man heuert keine Leute an. Genau, wir haben den Fokus hier auf das Selberschrauben, das Selbererkunden des Busses. Ich möchte verstehen, wie der Bus funktioniert. Ich bin der Mechanik. Ich leite diese Werkstatt und bin auch der Angestellte letztendlich. Deswegen haben wir auch auf ein Geldsystem, wie man es aus anderen Mechanics kennt, verzichtet. Bei anderen Mechanics habe ich den Progress vor allem über Geld. Ich bekomme Geld, kann mir neue Teile kaufen. Wir stellen hier den Spieler die Teile schon bereit. Er soll den Bus einfach nur in der Detailgenauigkeit wieder ans Laufen bekommen und sicher auf die Straße schicken. Letztendlich. Ein Schrauberspiel. Ich habe noch eine Frage aus der Runde und zwar, was ist mit DLCs und Community Content? Wird es da möglich sein, eigenen Content zu entwickeln? Wenigstens mittelbar? Also Content selber entwickeln für das Spiel halte ich für sehr, sehr schwierig bis nah unmöglich. Die Komplexität der Busse ist einfach so wahnsinnig hoch und der Aufwand, diese ganzen Verkettungen anzulegen. Das ist im Hintergrund eine ziemliche Datenbankanwendung, die genau die Reihenfolgen festlegt, was die Abhängigkeiten von den Bauteilen zueinander sind. Dass wir da pro Bus etliche Monate dran gesessen haben. Ohne das wirklich zu verstehen, wie das im Detail bis ins Kleinste funktioniert, das wäre wahrscheinlich für einen Außenstehenden. Aber ich würde niemals nie sagen, André, wenn jemand ein Pässe hat und das Know-how hat. Ich sage nur sehr schwer, bis nach unten. Aber das komplett nach draußen zu legen, halte ich auch für sehr schwer. Was aber ja nicht ausschließt, das hatten wir eben schon mal erwähnt, dass wir halt trotzdem über DLCs nachdenken können, aber die dann halt über einen anderen Weg dann kommen. Das müsste man da schauen halt. Das Folgefrage dazu, zu dem, was eben gesagt worden ist. Das heißt, wenn es nicht um Geld geht, dann stehen die Ersatzteile immer unendlich zur Verfügung. Man muss nicht nachbestellen und da noch so ein Werkstattmanagement machen, so ein kleines. Genau. Die Ersatzteile habe ich da. Ich war ja hier ein bisschen gedacht, nicht wie in der privaten Schrauberwerkstatt, wo ich nicht alles im Kleidungskirchen muss, sondern dass ich hier eher so der Angestellte in großem Busgetriebe bin. Und da ist es halt üblich, wenn ich halt Ersatzteil brauche, dann gehe ich ins Magazin, dann kriege ich das neue Ersatzteil ausgeliefert, weil er ausgehändigt, was ich brauche. Und damit kann ich dann halt arbeiten und die ganze Bevorratung das nachbestellen, das machen dann im Regelfall dann auch andere Leute für mich. Da bin ich als Mechaniker selber nicht für verantwortlich. So bleibt der Fokus auch auf Simulation, weil das ist immer so ein bisschen unsere Intention, dass wir wirklich sehr detailreiche Simulation zeigen, weil das sollte am Ende sein. Deswegen heißt das Ding ja auch Bus Mechanic Simulator. Ich habe noch eine kurze Frage. Bitte. Ich habe ja gerade, die Schrauben waren das beste Beispiel. Gibt es denn so Bauteile, die so ein bisschen selbsterklärend sind, wo man weiß, okay, wenn er den Reifen jetzt dran bauen möchte, muss er logischerweise die Schrauben natürlich dafür jetzt dran schrauben. Müsste ich dann, wenn ich alle Reifen wechsle, wirklich jede einzelne Schraube aus meinem Bestand nehmen und die erst mal quasi aus meiner Tasche nehmen, montieren, Tasche nehmen, montieren, Tasche nehmen, montieren oder geht es dann bei solchen klaren Bauteilen dann schneller. Bei den ganz kleinen Bauteilen öfters Schrauben oder Unterlegscheiben haben wir darauf verzichtet. Bei dem Beispiel Rad, was du jetzt gerade genannt hattest, haben wir nicht drauf verzichtet. Ja, das ist ein Teil reputativ, aber es spiegelt auch wirklich hier die Arbeit des Radwechsels dar. Sonst wäre ein Radwechsel, ich nehme eine Schraube runter und ich habe das Rad gleich in der Hand. Aber umso tiefer man kommt, haben wir geguckt, dass Kleinstteile, die letztendlich auch schwer im Fokus zu nehmen sind, ganz kleine Schrauben, Unterlegschrauben, Dichtringe oder sowas, nicht mehr einzeln demontiert werden müssen oder montiert werden und haben zum Teil auch Schläuche zusammengefasst. Die haben Hydraulikschläuche. Natürlich gibt es in einem Bus verschiedenste Hydraulikschläuche, nur du hättest sonst eine Liste an 30 verschiedenen Hydraulikschläufen mit Hydraulikschlauch, Bremse, Hydraulikschlauch, Punkt, 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 Punkt. Um da ein bisschen die Übersichtlichkeit und auch den Spielern ein bisschen zu helfen, haben wir da zum Teil drauf verzichtet, Teile zu unterscheiden und halt Kleinstteile auch nicht ansprechbar zu machen. Wenn man dazu sagen muss, ist es tatsächlich so, am Bus selber, wo ein Druckluftschlauch oder ähnliches ist, da wo er verwendet wird, hat er auch die Originalbezeichnung. Da steht dann zu, ist nochmal dran, dass es halt ein Druckluftschlauch ist, aber als Material wird er dann eben als ein Teil geführt und nicht eben in allen Varianten. Okay, danke. Klingt auf jeden Fall so, als wäre das mit der Schraube schon mal diskutiert worden. Nicht nur einmal, kann ich dir verraten. Nicht nur einmal. Es würde auch einfach den Rahmen des Inventars völlig sprengen. Also wenn ich jede kleine Schraube, kleine Mutter und Unterlegscheibe im Inventar hätte, sie haben gesagt, nee, also im Inventar oder sowas landen wirklich nur die etwas besonderen Teile. Also eine Radmutter ist ja schon doch einfach nicht mehr 0815 Mutter, genauso eine Achsmutter zum Beispiel. Es gibt ein paar größere Bauteile, die sind dann wirklich eigenständig geführt. Die findet man auch so. Die muss man auch dann über das Inventar halt bedienen. Andere Sachen wie normale Schrauben oder normale Muttern und Unterlegscheiben, die hat man halt grundsätzlich immer halt virtuell am Mann und muss sie nicht jedes Mal an denen sprechen, eher das Materialkram. Vielleicht kann man zu deiner Aussage des Diskutierens der Schrauben noch kurz hinzufügen. Wir alle waren überrascht davon, wie kleinteilig letztendlich der Bus wird und welchen Detailgrad wir hier bieten können. Am Anfang sind wir noch von einem leicht anderen Spiel ausgegangen, würde ich sagen, eher in Richtung tiefe K-Mechanik, was wir natürlich als Referenz uns auch so ein bisschen zugezogen haben, wo man dann aber schnell bei 100, 200 Teilen pro Fahrzeug beschränkt ist. Das Faktor 10 dann hoch zu scalen, war nicht die einfachste Lösung für uns da, bei der Playability und auch die Einsteigerfreundlichkeit beizubehalten. und wir haben dadurch probiert, durch diese verschiedenen Hilfsmodis, die ich vorhin auch gezeigt habe, was muss ich erst lösen, was kann ich jetzt anbringen, dem Spieler da ein bisschen Arbeit von der Hand wegzunehmen. Ich muss das doch mal unterstreichen, also 3.400 Objekte ist schon echt eine Menge. Ich glaube, André, du hattest da oft graue Haare. Bei der hohen Objektanzahl, das war schon nicht ohne. Es ist halt schwierig, das vor allem alles so zu verketten und rein logisch, dass klar ist, in welcher Reihenfolge kann ich das montieren oder demontieren. Zumal auch die Problematik dazu kam, dass ich selber kein Bus-Experte bin. Ich habe das hinbekommen von Darius. Er hat mir dann entsprechend versucht, das Ganze schon so aufzubereiten, dass das auch für mich nachvollziehbar ist. Er hat sich da auch wirklich die größte Mühe gegeben, da kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Es war trotzdem noch sehr schwer für mich zu verstehen und manchmal muss man ein paar Sachen einfach aus Spiellogik-Technik nur noch ein bisschen umbauen, ein bisschen modifizieren und trotzdem musste ich immer wieder mal nachfragen, weil irgendwelche Sachen nicht ganz klar waren. Darius musste auch noch mal drüber gucken, ob das jetzt so richtig und plausibel ist. Es musste jedes Mal bis ins Detail geprüft werden, was natürlich sehr anstrengend ist, wenn ich ständig irgendwie den Motor bis zu einem bestimmten Punkt zerlegen und wieder zusammenbauen muss. Bei der Masse Teile dauert das einfach. Also das mal eben schnell zu testen, ob der Motor jetzt korrekt ab- und wieder aufgebaut werden kann. Das ist keine Sache von fünf Minuten, das ist eher eine Sache von einer guten Stunde. Und das dann immer zu testen und wenn man dann feststellt, wieder, oh, da habe ich doch noch irgendwie Andrea drin, da passt irgendwas wieder nicht ganz, dann muss man es halt noch mal machen. Ist ja André jetzt zwangsläufig Busprofi geworden. Ja, tatsächlich, im gewissen Rahmen. Also Busprofi möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich habe tatsächlich wahnsinnig viel gelernt in der Zeit, das wirklich über die Sachen. Vieles, ein bisschen was kennt man ja, wenn man selber Auto fährt, auch schon, aber so mit Zahlen halt, wo es was im Detail genau ist oder wie man das genau macht, hätte ich vorher jetzt halt nicht gewusst, da habe ich glaube, viel dazu gelernt. Ich habe noch eine ganz kurze Frage zum Abnutzungsgrad, da bin ich auch durch. Ich habe gesehen, dass so Schrauben auch so einen Abnutzungsgrad haben, bei Schläuchten und bei anderen Sachen sicherlich auch. Wenn ich jetzt einen Luftfilter nehme, macht sich das bemerkbar, ob der noch 30 Prozent gut ist oder ob der bei Null einfach schon direkt kaputt ist? Gibt es da so einen Unterschied? So, okay, er zieht nicht mehr so gut der Bus oder sonstiges. Ich glaube, wir müssen mal den Luftfilter gucken, ob der nicht ganz durch ist, aber schon nahezu durch ist? Es wird unterschieden im Spiel. Man kriegt ja, sagen wir mal, konkrete Aufgaben, wo bestimmte Sachen gemacht werden müssen. Entweder heißt es dann wirklich konkret, der muss getauscht werden, dann muss ich mich selber gar nicht mehr drum kümmern. Es gibt auch andere Aufgaben später, wo dann eben eins von x Bauteilen kaputt sein könnte oder noch mehrere. Dann ist das dann mir selber herauszufinden, welche Bauteile das sind. In jeder Abnutzungszustand werden wir auch optisch anders dargestellt. Das heißt, ich sehe das auch stufenlos von 0 bis 100 Prozent. Wie sehr mitgenommen sieht so ein Bauteil noch aus, von ganz neuwertig bis ziemlich. runtergebrochen, sage ich mal. Da ist dann einfach nichts mehr über und nur noch Rost oder so. Und das geht über alle Bauteile. Alles, was dann in Bauteilen, die in den Inventar landen können, die können diesen Zustand halt haben. Und dann ist es halt auch, selber vielleicht noch Bauteile zu finden, die halt eben nicht mehr ganz so gut sind. Und ich kriege für alles, was ich da vielleicht noch zusätzlich mache, was über meine Aufgabe eigentlich noch hinausgeht, kriege ich nochmal Bonuspunkte für den Gesamtzustand des Busses. Also wenn ich selber mal feststelle, da sind noch ein paar Bauteile, die sind nicht mehr ganz 100 Prozent oder 80 Prozent, hätte ich sie vielleicht noch nicht tauschen müssen jetzt zwingend. Aber wenn ich es noch mache, gibt es eben noch 20 Punkte dafür, weil ich die Sachen eben noch gefunden habe. Im Chat fragt der Nico, habt ihr über eine Kooperation mit Ausbildungsbetrieben nachgedacht? Wäre das nicht die ideale Software für Leute, die frisch in den Beruf einsteigen und keine Idee haben, wie das so geht? Und ergänzend dazu die Frage, wäre das nicht auch ein Fall für Virtual Reality? Ja, dazu, gerade zum Thema Ausbildung. Als ich jetzt die finalen Dinge beim Busmechanics Simulator gesehen habe, ist mir das eigentlich auch in den Sinn gekommen, dass man da mal mit Kooperationspartnern spricht. Das heißt, ich werde auf jeden Fall MAN anbieten, wenn sie möchten, dass die das natürlich einsetzen dürfen, gerade weil es um ihre Busse geht. Aber wir haben hier vor Ort zufälligerweise den Deutschlandvertrieb auch von VDL, mit denen wir kooperieren. Also auch da werde ich mal mit den entsprechenden Technikern reden. Und ein weiterer Partner ist die ADAC-Fahrerakademie in Paderborn, die auch Busausbildung macht. Und auch da kann es sein, dass die sagen, Mensch, eigentlich ist sowas ja auch interessant für unsere Busfahrer, die wir ausbilden. dass die sich das einfach mal angucken und das Spiel mal anspielen, um einfach ein bisschen Verständnis für ihren Bus zu bekommen. Also ich werde da mit Sicherheit mit einigen Leuten drüber reden. Und zu VR. Wir haben lange drüber überlegt, VR, also André selbst hat ein Background im Thema VR oder ein zweites Standbein, würde ich sagen, mit vor allem Karussell-Attraktionen mit VR auszustatten. Wir haben uns mal für die Zukunft vorgenommen, das Ganze anzugucken. Großes Problem ist hierbei einfach die nötige Performance, das Ganze in VR darzustellen. Dadurch, dass wir hier so einen hohen Detailgrad haben, ist das im Moment in VR noch nicht ganz so einfach umzusetzen. Steht aber auf jeden Fall auf unserer Liste, um uns das mal genauer anzugucken für die Zukunft. Noch eine Frage aus dem Chat. Der Lukas fragt, werden sich die Busse noch unterscheiden, also mit einer anderen Werbung drauf oder sowas, weil es sind ja sonst immer die gleichen Busse, an denen du schraubst? Vielleicht eine Frage an den Darius. Wir hatten da mal drüber gesprochen. Darius, du hattest ja dann die Werbung drauf gepackt noch auf die Busse. Wir hatten die ja vorher komplett ohne Werbung gehabt, aber ich denke, da können wir ja flexibel was machen, oder? Ja, da was nachzurüsten, das ist kein Problem. Im Moment gibt es halt nur diese Varianten. Nächste Frage. Martin fragt, gibt es auch Bonuspunkte? Also überhaupt, wie ist denn da das Bewertungssystem? Weil er stellt sich vor, man wechselt halt die linke Birne und dann gleich noch die rechte mit, wie das ja manche Werkstätten präventiv machen oder um mehr Geld zu verdienen. Wie geht das Spiel damit um? Teilweise. Also man hat da natürlich erst mal die Punkte für seinen jetzigen Auftrag, was man wirklich konkret machen soll. Wofür es aber immer zuhört, zum Beispiel noch Bonuspunkte gibt es halt, wenn ich jetzt nur den Auftrag hatte, um ein Bauteil zu tauschen, guckt das Spiel auch trotzdem, wenn ich den Bus abmelde, wie sieht dann der Gesamtzustand des Fahrzeugs überhaupt aus? Wie sieht der Gesamtzustand der Betriebsmittel gerade aus? Was hätte das sein, dass der Tank halt leer ist oder dass der, weiß ich nicht, der Blut-Tank nicht mehr ganz ausgefüllt ist? Habe ich sowas dann auch noch erkannt und habe das auch noch gleich mitgemacht? Dann kriege ich dafür entsprechend noch Bonuspunkte. Immer abhängig natürlich davon, wie der Status gerade ist. Am Anfang ist der im Regelfall immer relativ gut noch im Durchschnitt. Bei den Aufgaben später können die Abweichungen dann eben entsprechend größer werden. Da gibt es also mehr, was ich eben zugleich noch finden kann. Oder eben, dass ich noch sehe, es sind immer ein paar Bauteile, die haben eben nicht mehr ganz den vollen Zustand. Sowas finde ich im Spiel auch später schneller, wenn ich eben den Prüfstand im Einsatz habe, weil er mir eher noch eine Übersicht kippt über den Gesamtzustand, über verschiedene Baugruppen, dann finde ich sowas auch schneller. Noch jemand eine Frage? Oder habe ich eine übersehen? Jemand, der noch eine loswerden will? Ja, ich würde ganz kurz noch mal drauf eingehen, auf dieses Verwerfungssystem und gerade am Ende, wenn ich jetzt den Bus abgebe, dann kriege ich halt deine Punkte und wird mir dann auch gezeigt, das hast du vergessen, hättest du das gemacht, der zu 100% gekriegt? Genau, ich kriege eine Übersicht drüber, was habe ich wie gut gemacht, wo sind noch Möglichkeiten, mehr Punkte rauszuholen oder wo wären noch mehr Möglichkeiten, Punkte rauszuholen? Letztendlich ist das die einzige Möglichkeit, das bis zum Prüfstand wirklich zu machen oder ich unterziehe jedem Teil einer Sichtprüfung in dem Prüfungsmodus. Nachher mit dem Prüfstand kann ich natürlich abwägen, ich habe meine Liste mit Teilen, was ist gelb, das wechsle ich auf jeden Fall. Vielleicht wechsle ich noch die ersten drei grünen, um ein paar Bonuspunkte mitzunehmen und so schneller, ja, den Game Progress durchzustellen, schneller die neuen Werkzeuge zu bekommen, schneller die neuen Funktionen zu bekommen. Dazu Folgefrage, gibt es auch Minuspunkte, wenn ich was tausche, was noch okay ist? Nein, also wenn ich was tausche, was noch okay ist, das Spiel guckt ja drauf, wie der Zustand später ist. Da ich auch kein Geldsystem habe, habe ich dadurch zunächst mal keinen Nachteil. Minuspunkte bekomme ich dann, wenn ich eine Aufgabe entweder gar nicht gemacht habe, die auf dem Zettelstand ich hätte machen sollen oder ich irgendwas zum Beispiel unvollständig gemacht habe. Unvollständig bekomme ich nur noch Teilpunkte, von denen ich hätte bekommen können. Und wenn ich es halt mangelhaft gemacht habe, bekomme ich Minuspunkte, wo ich auch Minuspunkte für bekommen kann, dass wenn ich einen neuen Auftrag bekomme und sage, den möchte ich jetzt nicht schon wieder machen, den habe ich schon mal gemacht, dann kann ich diesen Auftrag auch ablehnen, dafür bekomme ich dann 100 Minuspunkte. Da hätte ich dann noch meine Frage und zwar, wenn es ein Punktesystem gibt, gibt es dann eigentlich eine Art Highscore-System, dass die Spieler miteinander untereinander vergleichen können, wie gut sie sind, wie erfolgreich sie sind? Ne, haben wir hier nicht. In Simulatoren auch eher untypisch, würde ich sagen. Es ist schon der eigene Anspruch, den Bus wieder hinzubekommen. Wobei, wenn das jetzt gewünscht wäre, wir das natürlich auch noch hinzufügen könnten. Wobei es das ja auf Steam gibt. Also ich habe es schon bei einem Freund gesehen, dass man halt die Achievements dann hat. Genau, die Achievements wären das. Also ich sehe auch einen gewissen Vergleich zu anderen Spielern, weil ich natürlich einen gewissen Progress daraus ableiten kann. In welcher Erfahrungsstufe befinde ich mich schon? Habe ich die schon freigeschaltet? Habe ich die anderen Werkzeuge schon? Habe ich andere Features freigeschaltet? Das sieht man natürlich. Okay, danke. Da kam im Chat noch eine Frage. Genau, eine Frage, die ich übersehen habe beim Eben ist, würde man mehrere Spielstände haben können in Zukunft? Derzeit? Nein. Nein, das ist ein Spielstand, den man hat, genau, den man weiter aufbauen kann. Auch das, wenn wir da ein wirkliches, ja, Need der Community sehen, den großen Wunsch, werden wir uns das sicherlich angucken. Heutzutage ist mein Spiel meist ja nicht fertig mit dem 1-0-Release, sage ich mal, sondern wir haben da immer ein offenes Ohr, wie auch bei uns an anderen Titeln, auf die Community und was die haben möchte und dann gucken wir, ob sich das umsetzen lässt. So, noch die Gelegenheit für eine letzte Frage. Wir laufen nicht weg, wenn ihr noch was habt, das geklärt werden sollte, dann bitte. Ansonsten sind wir dann damit soweit durch. Ich möchte hier schon mal von meiner Seite aus allen danken, die Fragen beantwortet haben und allen danken, die Fragen gestellt haben. Winnie, möchtest du noch mal kurz ein kurzes Schlusswort sprechen und die Verabschiedung machen? Das kann ich gerne machen. Ich bedanke mich erst mal für das Interesse an dieser virtuellen Presserunde, an dieser virtuellen Release-Veranstaltung. Es war, wie gesagt, für uns auch das erste Mal, dass wir so etwas weit ab vom eigentlichen Thema hier in den Büros gemacht haben. Ich bedanke mich bei den Entwicklern, bei Darius und bei André. Herzlichen Dank einmal dafür, dass ihr mit eurem Know-how den Bus-Simulator, den Bus-Mechanics-Simulator so gut hinbekommen habt und auch, dass ihr heute teilgenommen habt. Habt Dirk, Fabian von zu Hause aus auch schönen Dank und natürlich dem Team von Visibility. Und ja, ich würde mich freuen, wenn vielleicht noch die ein oder andere Rückfrage käme von euch, die dann per E-Mail oder ähnliche Kommunikationswege zu uns gelangt. Und ich würde mich natürlich auch ganz besonders freuen, wenn ihr das Spiel anspielen würdet und eurer Community vorstellen würdet und viel Spaß dran hättet. In diesem Sinne sage ich schon mal Tschüss und falls Gunnar nichts mehr hat, würde ich dann die Veranstaltung beenden. Vielen Dank, noch ein ganz kurzes Wort von mir. Ihr kriegt noch von uns eine Mail mit einem Key zum Spiel, also damit ihr es testen könnt und die offizielle Pressemitteilung für heute. Das war's dann. Ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke schön zusammen. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.